so halli hallöchen zur ersten aufnahme im neuen jahr bei minicraft jetzt legen wir auch gleich los wir haben viel zu tun wir haben einiges zu machen in unserer bergbude beziehungsweise in unserem künftigen baumhaus mist jetzt habe ich es verraten so hat doch gott sei dank das war die aktuelle das war das aktuelle und wie wir hier sehen können und auch hören hat sich jetzt mal wieder einiges verändert und zwar habe ich jetzt einfach noch mal das marvel text und meine kraft reingehauen und das ganze auf hd wieder hoch geschraubt sage jetzt mal die sache ist diese damit zu wenig und zwar ist die sache damit wollte ich da einfach mal wieder etwas anderes einbringen so und jetzt haben wir auch eine schöne karte hier welche sehr wunderbar ist weil nämlich komplett ich würde ganz gerne drauf schauen okay dies aber ziemlich großformatig hier das ding naja keine ahnung können wir das noch irgendwie stellen ich weiß es gar nicht auf jeden fall gehen wir jetzt mal wieder auf das berglein hoch ich hoffe ihr seid gut ins neue jahr rübergekommen ich hoffe ihr hattet da euren spaß gestern bei der großen silvester feier bei der großen silvester party und dass ihr alle gut und schön rübergekommen seid mit meinem feuerwerke video hat es leider nie mehr hingehauen das kam zeitlich so ganz oft die reihe gerade aber da wird definitiv dann wenn ich es nicht vergesse erinnert mich daran falls es so sein sollte dann nächstes jahr noch was kommt dabei hat es immer echt ein anliegen dass das alles ganz gut abläuft weil dieses jahr auch mal wieder ich hab mir zu zählen bei uns ja feierlichkeiten mit silvester feierlichkeiten mit der family da ging es dann auch ganz schön heiß her weil da so ein blödes misting von granate wollte ich schon sagen genau die hat dann einfach mal gemeint sie möchte mitten in der luft umdrehen weil der stiel abgebrochen ist und dann da ging es dann schon los und eine feuerwerksbatterie ist uns umgekippt die hatte meinem vater ganz schön ein ganz schönes loch in die kapuze gesenkt gott sei dank ist nichts passiert naja deswegen einfach mal deswegen wollte ich eigentlich den aufruf starten äh genau was wollte ich denn sonst noch sagen da gab es jetzt so viel was ich abbringen wollte weil ich habe mir jetzt da heute eine zeit genommen dafür und habe mir das deutlich ins let's switch 2013 angeschaut weil ich das einfach so toll tun was ich mache wie er die leute aufrufen kann wie er leute animieren kann kann nachzudenken ich schaue gerade ich schaue gerade wie es halt einfach schafft mit leuten umzugehen wie es ja wie er halt einfach seine fans und zuschauer dazu animieren kann mal die birne anzuschmeißen und einfach mal zu sagen hey eigentlich so richtig betrachtet drüber habe ich bisher noch nie nachgedacht also das sollte ich mal definitiv tun und so weiter entschuldigung ich habe jetzt gerade schlug auf der denkflur jemand gerade an mich schöne grüße zurück äh ich denke einfach mal an leute die ich kenne dann haben die das problem mehr so genau äh wo war ich gestiegen geblieben der schein schlug da habe ich jetzt ausgebracht gerade ah ja gar richtig äh und zwar äh wie der mit seinen so das jetzt gerade hallo hallo anybody here na toll auch noch feige sein naja das haben wir gehört wie er die leute mit seinen videos motiviert und fasziniert ich finde das so eine unglaubliche gabe und nein ich will jetzt da gar nicht mehr für ihn werbung machen oder sowas er hat es auch gar nicht nötig die meisten von euch die werden sowieso kennen oder ihn schon zumindest einmal gefunden haben wenn sie nach minecraft lp oder minecraft generell bei youtube das wird sich kaum vermeiden lassen denn nicht auf uns zu stoßen und nein ich finde es halt einfach genial was der typ macht dass er einfach mal nicht auf der hohen wolke schwebt sondern einfach sagt ja hey ich bin genauso jemand wie ihr ich hatte halt bloß und ich weiß im endeffekt auch nicht woher es kommt halt weil er sich eben angeschwinkt hat weil er sich halt eben reinhängt weil eben die ganzen sachen wichtig sind und so weiter und das bewundere ich halt eben und das ist so der punkt wo ich sage ja da möchte ich eigentlich auch ganz gern mal hin und auch mit den ganzen themen wo er jetzt gerade auch in minecraft da anspricht das hat ja alles hand und fuß worüber er redet ich meine klar man kann das jetzt sagen was man will und man kann da sehr viel rein interpretieren aber eine sehr große sache ist ja wirklich dass er ja die leute eben bei der stange hält und auch wenn er im vergleich nur langweiligen nur langweilige sachen macht wie bauen erne schaufeln etc das dann halt immer so noch faszinierend ist und das ist auch so eine wirklich die sache wo ich mir halt selber als ja mittlerweile minecraft lp so denke ist ja wie schafft man es dass man das interessant gestaltet ich meine ich habe jetzt die rückmeldung von einigen leuten bekommen vielen herzlichen dank dafür dass meine videos gut sind dass es euch spaß macht zuzuschauen und das finde ich wirklich super jetzt renne ich schon vorbei ich trottel ja wenn ich schon mal im spartonieren drin bin dann keine nix dann mache ich alles verkehrt so andere frage was wollte ich hier das bloß mir schrub genau die suche ich und da haben wir sogar noch ein paar das ist sehr gut naja die dürften fürs erste reichen ähm ja die große faszination und das ist halt eben das wunderbare an der geschichte genau und da wollte ich nämlich auch noch ein paar worte sagen zu dem thema ähm wo er auch aufgegriffen hatte youtube kultur und wie es alles läuft huch das lassen wir lieber mal hier ähm ich glaube ich werde jetzt mal eine ganz andere maßnahme hier machen äh ne halt wie ging das ich hab das noch nie gemacht ah genau so ging das so ging das so dann bum 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 genau jetzt bauen wir uns ein paar Hosen so für den Helm langt es nicht mehr aber vielleicht für ein paar schicke Stiefel ja Wollinger genau so wollen wir es so ein Helm haben wir zwar nicht aber nochmal ach komm weißt du was so 3 4 5 waren Sechse ich glaub schon so 3 4 5 ne waren Fünfe ok so jetzt haben wir wenigstens eine Rüssi ok und jetzt können sie uns dann mal meinen Eier genau Saplings uuuh ach nö Sonne bleib doch noch ein bisschen länger da verdammt der Axt ne doch ach dann kann ich ja jetzt erstmal Eier einsammeln gehen genau youtube kultur das ist auch so ein ey du Mistvieh bleib Felix hier geh geh wieder zurück in deinen Stall du gell sonst landest du auf ey blödes Mistvieh sonst landest du bei der nächsten Wiese auf dem Grill gell bis das klar ist tschüss ab ab mit dir jetzt hätte ich bloß gelacht wenn das nächste gleich rausgerammt wäre so können wir da ja versuchen wir mal unser Glück naja natürlich ist kein Huhn bei rausgekommen wäre auch zu schön gewesen Mann 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 jetzt habe ich wieder komplett den Faden verloren ahja richtig pennen gehen bevor die nachbarn hier aufschlafen können wir schon nein ey 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 auf polarisch das ist so bau lande freu jetzt Jetzt habe ich schon wieder einen Wagen verloren. Was geht denn ab heute? Ah, Mann, vielleicht hat mir Silvesternacht nicht gut getan. Ich weiß es nicht. Genau, die ganze Nuki-Kultur. Stimmt, da war ich... Jetzt konnte ich heute nicht mal reden. Da war ich stehen geblieben. Da war ich stehen geblieben. Und ja, jetzt kann ich schnell mal... ...denken verhalten. Ich habe geträumt von einer YouTube-Kultur, die anders war. So, dann pack mal den Erdkramschen einfach mal rein. Ach, da müsste ich eigentlich auch mal aussortieren, aber ich bin so faul. So, haben wir hier Gäste? Nö, hier haben wir keine Gäste. Ja, wunderprächtig.